So, ja, das war's Nächste. Okay, das heisst, wir sollen das Teil erkunden. Oh, hinten kommt auch noch einer. Grusige Sachen, ja. Oh, was? Ist da noch etwas gekommen? Ah nein, du kannst den Sauerstoff mitnehmen. Jaja. Ja. Es hat eigentlich immer und überall die Möglichkeit, ein wenig Sauerstoff zu tanken. Aber wir sind uns schon fast wieder etwas am Verzetteln, darum... Ja, ich suche dich schnell. Aha. Ja, genau. Hier bist du nicht. Hier oben. Du kannst im Menü auch die Nebenmissionen aktivieren, oder was? Ah, du bist da. Ja. Ja, genau. Ah, das bist du. Bist das du? Ja. Ja, 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 okay. Ähm... Aber jetzt gehen wir nochmal auf das Schiff. Ah, der Eingang ist hier oben, oder? Ja, wir haben einen Scree, oder? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Da schiesst irgendjemand auf uns. Den ignorieren wir jetzt mal. Ich mache sie schnell auf, da kannst du reinfliegen. Hahaha. 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 Das geht gar nicht. Ah, mal, mal, äh! Hahaha. Warte schon. Ja, ja. Ist schon wieder so eine halluzinogen Nebel. Mhm. Mhm. Gut, jetzt stimmt vielleicht das Vekan um eine Nebelmaschine, oder? Ja. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser schiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Aber jetzt haben sie einfach das Design des anderen Schiff geklaut und da drin kopiert... Das ist echt... Gut, die sind natürlich schon gleich designt, die Schiffe, gell? Ja, okay. Ich habe schon eine Idee, dass wir ein individuelles machen. Gut, das hat natürlich schon misst. Äh, den Herrn bitte ich. Ja, gell, ein wenig oldschool. Ich habe gemeint, dass wir den auch packen können. Schade. Hm. Ja, also. Abwärts. Können wir das mal runter? Ja, ja. Aha. Der Partner braucht mehr Platz, ja, ja. Schänkli. Oh, okay, da tut sich was. Ah, schau jetzt genau, du hast jetzt so einen Bonusraum. Wow, 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 wow. Du bist immer nur dergleichen Form. Holy shit. Ja, die explodieren ein wenig. Noch einer. Oh, da ist schon wieder einer. Okay. Siehst du den? Du hast so einen Bonusraum da. Wo du so eine Stange brauchst. Ah, jetzt wird die Naht gekotzt von hinten. So. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wieder herstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Gut. Stromzufuhr, was auch immer. Ohrlicht und etwas. Aha. So. Ja. 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 Dann weiss man etwas ändern, wo die Gegner herkommen. Ja, das stimmt. Oh. Zur Amosphäre dreht schon noch etwas bei. Hier gibt es eine Leiter, die runter geht. Und eine Treppe. Aha. Ja. Auf jeden Fall geht es um den Lade-Bildschirn. Ja. Okay. Dann gehen wir die Leiter jetzt durch ab. Wir werden wahrscheinlich wieder vorig das Fenster rauskommen, sobald wir wieder zurück werden. Ja, da kann es sicher sein. Weisst du, als hätte es doch vorig irgendwie so eine Flasche gehabt. Ja, was für eine Flasche? Ja, so eine... ...Pompe. Aha. Ja, ja, okay. Aber das war doch in einem anderen Schiff? Ja, ja. Wolltest du, glaube ich. Aber ich habe eigentlich keine Reine gesehen. Ah, so, okay. Schau mal einen gescheiteren Strom an. Ja, 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 ja. So, jetzt schon so eine Flasche, aber die kann man auch nicht nehmen. Ja. Aha, jetzt wieder das ganze Haufen. Gut. Schön, dass wir beide hier runterkommen. Haha, natürlich. Ja, 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 ja. Pfeffer. Aha. Was? Haha. Okay, danke. Haha. So, genau. Ah ja, jetzt müssen wir rüber zum Lift. Sorry. Ich glaube, der ist schon ganz ausgequetscht worden. So, jetzt müssen wir langsam irgendwelche Geschichten erfinden, die wir hier im Lift erzählen können. Er ist aber schnell gegangen, oder? Ja, das stimmt. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Also. 59, 58, 57. Ist wirklich eins, zwei ins Gleiche, oder? Ja, wirklich. Ja. Erweckend wiederum. Ähm. Ich muss da irgendetwas einstellen, aber... Wie kommen mir das ein bisschen spanisch vor, da? Äh, nein. Erst gestanden musst du die Pio-Kasten benutzen, okay. Ja, easy. Verreta. Dr. Basen. Jemand sendet eine kondierte Nachricht zum Planeten. Wir versuchen Sie zu kontaktieren. Dr. Ferranos. Sagen Sie es mir. Aha! Stopp! Bitte! Wir haben ein wenig gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, die Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung zerbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff in Saft ab. Die Lebenserhaltungsszene gehen offline und die Betragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlegt. Wow. Sorry. Schnell die doch ein bisschen erschütternde Nachricht. Ciao. Jetzt sind wir wieder da oben. Ja. Und wir sind runtergefunden. Achtung, die Explosionstypen. Oh sorry. Geräusche, die Sie machen können. Ja, irgendeiner steht noch dort. Ja. Schleimer. Ähm. Jetzt können wir hier sonst noch mal etwas figurieren. Okay. Hier haben wir jetzt schnell so eine Bonus-Stange hier aufbauen können. Ja. Ja. Kannst du auch noch schnell hier hinten zum Bonus-Raum kommen. So. Ja, nur noch eine Kiste. Aha. Ja gut. Ja. Das meiste würde es eh auch einsammeln. Die. Was? Mit drei Bolzen. Mit drei Bolzen. Ja, genau. Alright. Ja. Ja. Es ist einfach die Waffe von Limited Edition. Nehm mal die jetzt mit der Pumpe. Die ist glaube ich so gut. Die kannst du auch das ganze Spiel durchbrauchen. Ja. Ich glaube so. Der Raum ist ein bisschen anders. Ja. Ja. Das stimmt. Oh. 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 Das sind sie auch. Ja. Ah du. Ist das vier. Ich habe nur zwei rum. So. Das eine habe ich. Das andere habe ich. Irgendjemand klingt noch irgendwo. Ja genau. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie im Schacht. Oder so. Das erste was ich abgeschossen habe. Ist einfach wieder in den Schacht zurückgefallen. Ja. Es klingt auch so. Es muss irgendwo da vorne sein. Ja ja. Da hinten ist es. Ja okay cool. Ich glaube wir müssen hier den Lift verwenden. Ja. Da hinten liegen noch Sachen rum. Ja voll. Dort habe ich ein paar Kisten zerstampft. Sieht ihr das rein weisst. Mit diesem Gerät kann man irgendwie. Zeug zerteilen. Und das war ja wohl allemal ein Mensch gewesen. Unten sind die Füsse. Und dann kommen beide hier. Dann siehst du den Oberkörper. So. Aber du hast noch das Hirn ja. Ja. Und man. Ja. Etwas gleich. Einfach kürzer. Ja. Oder vielleicht sind das die anderen Teilchen. Die Hände haben rausgenommen. Ja. Alle Kinder. Was hast du noch mitgeschleift? Hä? Zieh dir das rein. Siehst du das auch am Boden? Nein. So eine riesige Zange oder Schere. Ja nein. Das ist eine Frechheit. Hahaha. Ich habe da eine Alternative auf dem Screen lassen. Mhm. Genau. Warum? Sieht eher ein wenig ungesund aus. Ein wenig radioaktiv und so. Jetzt müssen wir doch einfach mal drauf. Ja genau. Mal schauen was passiert. Oh. Irgendwie tut sich etwas nochmal. Nach hinten. Ok. Batschok. Ja. Der läuft noch. Da. Ja. Hinter uns, super. Gibt's ja nicht, weisst du. Double Pump, gar nicht. Ja, ja, wirklich. Wirklich. Dann weiss ich nichts entgegenzusetzen. Weisst du, die Musik hörst du schon auch, he? So leise. Ja, aber nicht die Gegnermusik. Irgendwie eine andere einfach so. Ja, ja. Fähre. Ein wenig, ja. Oh! Fick ich euch doch. Wie so eine Hymne oder so. Deine Viecher sind wieder rum. Ja. Offensichtlich. Hier hat es eine Bank. Fassier irgendjemand. Schauen wir mal, ob das drinnen kann. Äh, wieder 10'000 Sachen. Okay. So lege ich auch schnell ein paar Sachen ab. Was schon fertig? Ja. Okay. Oh, das sieht richtig stylisch aus davon. Ja, das stimmt. Oh! Ballertür. Ja. Haha. Ich habe das Gefühl, da muss man einfach mal draufballern oder nicht? Ist ja. Oder einfach, glaube ich, hin und irgendeine Chip rausnehmen und jetzt ist es, glaube ich, gut. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Ja.